Ein Spiel haben wir noch. 20 Sekunden, hast du Zeit? Und du hast halt 20 Sekunden, also es geht sich aus. Wir haben auch einen Zeitraum vorbereitet. Und ich bin echt gespannt, weil ich mische mir ja meistens nicht ein. Ich komme in die Sendung rein und die haben ganz tolle strategische Spiele, die sich dann zu zehnt, die mir in einem Meeting überlegen. Und dann sagen, hey, wir werden brainstormen, Leute. Ja, eine super Idee, das 20-Sekunden-Spiel. Hey, geil. Das heißt nicht 20-Sekunden-Spiel. Sondern ich kenne mich nicht ausspielen. Nein, das heißt, das einverklebernde Sportshow-Game mit unseren tollen Gästen, die zum Schluss noch einmal alles geben müssen, um in einer Tabelle zu landen. Okay, warte kurz. Ich darf mich kurz erzählen, was ich noch zu tun habe. Das war der Fall. Ich weiß es selber nicht. Geht so los, sag. Und so hast du diese 20 Sekunden Zeit, um in dieser kurzen Zeitspanne eben so viele Begriffe wie möglich rauszuhauen, die du mit deinem Besuch hier bei uns in Verbindung bringen wirst.